Hallo, ich bin JPD. Das ist David. Wir spielen einen Song am Klavier. Feelings. Viel Spaß. Herr Doktor, was ist meine Diagnose? Ich fühl mich komisch, hab körperliche Symptome. Ein Loch in der Brust und zettrige Knie. Staub trocken am Mund und ein Fiebergefühl. Ich fühl mich viel, ist aber sicher nicht gesund. Lauf durch die Straßen wie ein getroffener Hund. Ich denk an uns und alles krampft sich zusammen. Seit wann? Fühlt Liebe sich wie krank sein. Es sind viel zu viele Feelings, die ich fühle. Wären sie doch nur unter der Haut geblieben. Überfordert, wird ziemlich untertrieben. Mein Tränenkanal sickert auf die Straßenbahn schienen und ich lass sie laufen. Lass die Tränen laufen und hör wieder nur Lieder über Liebe. Ich schalte es aus und lass die Tränen laufen und hör wieder nur Lieder über Liebe. Ich frag meine Therapeutin. Was hat das alles zu bedeuten? Wie können so viele Emotionen nur so ein bisschen Körper inne wohnen? Und sie sagt, ist doch alles kein Problem. Ziel ist dein Bedürfnis zu verstehen. Jedes Feeling ist okay. So darfst dagegen nicht in Widerstand gehen. Es sind viel zu viele Feelings, die ich fühle. Wären sie doch nur unter der Haut geblieben. Überfordert, wird ziemlich untertrieben. Mein Tränenkanal sickert auf die Straßenbahn schienen und ich lass sie laufen. Lass die Tränen laufen und hör wieder nur Lieder über Liebe. Ich schalte es aus und lass die Tränen laufen und hör wieder nur Lieder über Liebe. Ich schalte es aus und lass die Tränen laufen und hör wieder nur Lieder. Ich schalte es aus und lass die Tränen laufen und hör wieder nur Lieder.